Oh nein! Komm schon! Ich hasse den Frontantrieb, Alter. Ich will Allrad. Kein scheiß Front. Wieder das Ding hier ungemäht. So, komm, jetzt müssen wir hier mal was rausfahren. Rechts. Jetzt waren wir da richtig scheiße. So, komm, ein Fiesta. Jetzt ist fertig, Fiesta. Jetzt wird gefahren. Was ein Bordspiel, ne? So, wieder zu popst, müsste ich in die Kurve rein. Und ich muss noch ein bisschen das Gespür finden. Dann rechts, drei, Vorsicht. Abweigung links, abbiegen. Astbremse. Rechts vier, links vier. Also das Heck mach ich ja Matsch mal so gar nicht, ne? Und wir sind wieder erster. Hey, Vorsicht! Es läuft. Aber ich glaube, einen Vorsprung habe ich direkt wieder in die Bank gehauen. Dann rechts, rechts, links. Komm schon, komm mal so peppen. Ja, spätestens hier ist der Vorsprung wieder im Arsch. Links zwei, dann links zwei. Aber ich finde es auch cool, dass man was davon hält, wenn ich irgendwo gegen fahre, ne? In rechts zwei. Dass er mal was sagt, wenn ich irgendwo hochgegen fahre. Und dann nicht einfach denken, ja scheiße drauf, wir haben jetzt irgendeinen Baum mitgenommen, ne? Links vier, dann links drei. Jolo. Dann rechts drei. Ja, das meinte ich, wir haben den Vorsprung also richtig wieder versemmelt. Rechts eins, in A-Nadel links. Handsgrenze, dann rechts drei. Come on! Links drei. In rechts drei. Links drei. Abzeigung links abbiegen. Abhang außen. Rechts drei. Links. Nein! Nein! Links vier. Nicht rückwärts vorwärts. Links vier. In rechts drei. Verengung. Ja. Rechts vier. Aber wir müssen ja sechster werden, ne? In den ganzen... Oh! Rechts fünf. Und Harnadel links. Handbremse. Harnadel links. Links. Links drei. In rechts vier. Verengung. Dann links drei. Und links drei. Und links drei. Bald haben wir die erste Etappe. Rechts drei. Ich hoffe, der Mechaniker war es Vorsicht. Dann Harnadel rechts. Anbremse. Links drei. Dann rechts drei. Dann links drei. Und links drei. Boah. Wieder neu starten, ey. Gibt's noch nicht. Die Rallye Strecke ist... Halt die Schnauze. Und links drei. Ja, tut mir leid. Ähm... Aber der Wagen zieht, wenn ich so einen Drift einleite, ne? Einfach so voll wieder gerade. Bzw. schießt in die andere Richtung, in der ich... Oh, da habe ich nicht auf den Kumpel gehört. Ja, neu starten. Bringt alles nix. Ja, tut mir leid, ich muss mich hier noch ein bisschen einfahren. Ich hätte hier die KI vielleicht nicht so hart einstellen sollen. Ja, jetzt habe ich es gehört. Aber wir müssen uns umstellen, dass er das ein bisschen früher sagt. Da kann man in den Schweiz-Deutsch ganz viel Geld rum. Komm rum! Ich freue mich ja richtig, bis wir dann einen Subaru Impreza haben können. Beziehungsweise ein Angebot von irgendeinem Team mit dem Subaru Impreza. Weil das Ding will ich auf jeden Fall fahren. Oder einen Evo. Oh, oh, links! Ne, ich habe noch nicht so ein Gespür für das Auto. Deshalb verzeiht mir bitte, wenn ich ab und zu mal noch hier irgendwas mitnehme, wie zum Beispiel hier fast. Aber der zieht auch direkt wieder gerade, ne? Hier links abbiegen. Scheiße! Das war zu spät gebremst. Immer noch Erster. Hä? Wie geht das? Ich bin ja absolut geschissen gefahren. Ich muss dem Echt mal ein bisschen aufmerksamer zuhören, ne? Vorsicht! Gefahr! Und rechts zwei! Links zwei! Dann links zwei! Ich müsste dem Echt mal ein bisschen aufmerksamer zuhören, ne? In rechts zwei! Ja, der Abstand wird kleiner, aber wir haben noch Abstand. Rechts drei! In A-Nadel links! A-Nadel links! So, komm, zieh an, mein Baby! Ich soll mal ein bisschen mehr auf die Bremse treten. Bis jetzt benutze ich eigentlich nur die Handbremse. Oder fast nur. Ich sollte mal ab und zu die Bremse benutzen. Geht doch! Danke für den Tipp! Wow! Da kam er aber ziemlich mit dem Hack. Aber hat nicht gestört. Also da von Vorteil. Und H-Nadel rechts! Kommt sie an! Ja, Handbremse, ne? Das ist so sein Lieblingswort von dem... Wieso schaltet er den zweiten? Ich dachte, ich hätte den ersten geschaltet, aber eben. Weil der Typ so nicht seine Hand vor den... Voll das Ziffernblatt hält. Sehe ich das nicht. Oh! Ich schalte immer in den ersten Alter. In H-Nadel links! Handbremse! Vorsicht! H-Nadel rechts! Und H-Nadel links! Handbremse! Wie viele H-Nadel denn noch? 40! Rechts drei! In links drei! Vorne wird dann bald das Ziel sein. Also nicht verkacken jetzt! Rechts drei! In links drei! Spiel! Jo! Läuft! In der Zielein fährt das Auto noch zerschossen. Äh... Abbrechen, ne? Ähm... Jo! Wir waren... Erster! Mit... Wow! Ziemlich viel Vorsprung, ne? Für das, dass ich so beschissen gefahren bin. Steading! Was meint der eigentlich mit hochladen? Das frage ich mich gerade. Äh... Warte schneller, aber ich soll... Ja, klar. Ist klar. Sagen sie alle. Oh! Oh! Darf ich nicht noch reparieren? Hä? Ups! Go, 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 go! Link zwei! Ich sollte mal besser auf mein Auto aufpassen, Mann. Weil er sah ja gerade ziemlich demoliert aus. Technisch scheint er noch in Ordnung zu sein. Ja... Oh, sorry. Links... Rechts... Links... Links... Und dann hier eine Haarnadel, die man viel zu spät zieht. Kommt sie! Ja... Dann links drei... Und links vier... Verhängung. Haarnadel rechts... Nein, Alter. Das ist einfach die Ready zurück, ne? Ohne die ganzen Haarnadel-Tisch zum Anfang. Vorsicht! Schikane rechts-links... Also kommt es mir vor. In links sechs. Also, ob wir die gleiche Strecke zurück wären. Dann links zwei... Apfelkriege... Alles klar? Nein! Ja, ist doch sicher die Achse kaputt. Kannst mir nichts erzählen, Alter. Da ist unabhängig, die Achse kaputt. Aber ich merke gerade nichts am Tag verhalten. Links drei... Dann rechts vier... 40, rechts 3, in links 3, dann rechts 3. Vorsicht, Abweigung links ab, Handbremse, rechts 4. So, komm. Fikanen links, rechts, in H-Nadel links, Handbremse. H-Nadel links hier! Alter, das sieht man ja immer gar nicht. Schau zurück. Dann rechts 3, 40, in rechts 3. Fikanen links, rechts, Vorsicht, Abweigung links, Handbremse. So, komm, so vielleicht sehe ich, so machen. Nein, ich sehe es nicht besser. Ich glaube, wir neu starten. Ja, war ja mal richtig beschissen. Komm, mach, mach drin. Go, 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 go. 60, Chikane rechts, links, nicht schneiden. Ab und eigentlich, wenn ihr hier halt jeweils so einen Knappen hört, dann sind das meine Schaltritten von G27. 20, links 3, in links 2. Falls ihr die überhaupt hört, weiß ich nicht. Pikanen links, rechts, links 5, in H-Nadel rechts, Handbremse. Links 4, dann rechts 3, 4 mal riskant. Ich habe das nur touchiert. Oh, leicht Rückstand. Sehr leicht. Ich will, dass ich so bescheiden gefahren bin. Komm on, du Kackkarrezi an. Ich mag den Wagen echt nicht. Er fährt sich nicht so geil. Mann, das meine ich. Ich streite nicht ab, dass ich zu dumm zum Fahren bin, aber... In links 3, mittig halten. Der Wagen. Links 3, dann rechts 3, 40. Komm on! Mittig halten. Mechanisch noch top. Wahrscheinlich die Kaderosserie voll im Arsch. Rechts 4, tausend. Ich weiß jetzt nicht und ich gehe es auch nicht gucken. Rechts 3, in links 3, dann rechts 3. Vorsicht, Abzweigung links ab. Handbremse, rechts 4, schikanen links, rechts. Das, was ich am Frontantrieb, dass er so übelst sieht. Und zwar genau dorthin, wo ich nicht hin will. Links 2, muss ich jetzt übelst gegensteuern. Also bei Drifts vor allem. Wenn man das mit dem Frontantrieb überhaupt Driften nennen kann. Ich nenne es eher Rutschen. Abzweigung links ab, barriere aus. So, ja, das meine ich. Der Winkel vom Auto wäre eigentlich gut gewesen, nur durch den Frontantrieb hat es sofort wieder rumgehauen. Dann rechts 6, in Harnadel links. Oh, komm weg. Harnadel links. Oh shit, 3 Sekunden Rückstand. Zum ersten. Ja, danke. Steine außen. Bomb. Dann links 4, öffnet sich. Geschafft. Los, zieh! Alter, ist die Karosserie kaputt. Voll demoliert. Ja, keine Ahnung, was das für eine Warnung sein soll, ne? Ich würde mal sagen, weiter. Nein! Nein! Wir müssen aufholen. Jetzt heißt es volle Attacke. Ach, und da können wir dann Service Pack. Cool. Pan war schneller, aber ich wollte nicht... Hä? Hä? Okay. Ich nehme mal an. Ach, das ist alles Tag 1. Dann können wir dort wahrscheinlich auch speichern. Oder wir sind hier. Fahrzeugreparatur. Federung. Hier hat einen weg, oder wie? Befügbare Zeit. Motor. Was ist denn mit... Was ist denn hier? Alles kaputt? Alles kaputt, oder wie? Ja, das brauche ich eigentlich, weil ich habe noch Gefühl. Getriebe, Karosserie, Karosserie kann mir jetzt mal scheißegal sein. Wir machen erstmal... Bremsen. Ich will das reparieren. Ich will es reparieren. Ich sagte, ich will es reparieren. Oder doch nicht. Kann ich nur das... Ach, hier hat es... Nicht wie so dämlich, ne? Jetzt ein Teil reparieren. So. Bestätigen. Ja. Fahrzeugsetup kann ich jetzt irgendwie speichern? Weil ich würde es eigentlich hier gerne beenden. Oder kann ich es nicht? Nö, kann ich nicht. Okay. Okay, okay. Äh, ja. Dann fahren wir einfach noch die Rallye heute zu Ende. Rennbeginn. Ich hoffe, er speichert es, ne? Durch die ganzen Meldungen, die er mir bringt. Ihr könnt nicht hochladen. Ob er hochladen kann, ist mir eigentlich ziemlich vain. Ich will nur, dass er speichert. Ich hoffe, er speichert es, sonst bin ich direkt gearrscht zum Anfang. Er sagt nichts. Okay. Dann, ähm... Schweigen wir ihn auch mal noch mal runter an. Hört auf zu schreien! So. Versuchen wir jetzt, wir die... Entschuldigung. Oh, fast den ersten Baum mitgenommen. Ja, der zweite Baum, der war's dann. Ich wollte dann sagen, versuch mir diesmal die Karosserie nicht so mit Leidenschaft zu nehmen. Aber... Das hat ja schon fehlgeschlagen. So. Schikane links. Rechts. Rechts. Oh, danke! Der Stein war gut platziert. Nein, ich... 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 Ich stehe hin. Los, zieh an! Los, 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 los. Alles klar! Kommt! Zieh an! Vorsicht! Abzeigung links ab. Andrense. Links 5. In rechts 3. Dann links 3. Ja, die Karosserie ist schon wieder im Arsch. Ich weiß es. Bam. Scheibe auch im Arsch. Abzweigung links, danke. Harnadel rechts. Das war aber eine ziemlich große Harnadel. Mittig halten. Oh. Nein. Nein, nicht Sprung, nicht Sprung. Bös. Ja, Mini-Sprung, ne? Sprung, Harnadel links. Ja, direkt nach dem Sprung der Harnadel, oder wie? Die Harnadel rechts, links. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit gehabt, wie oft wir, oder wie viel wir zurückliegen. Links, fünf. Und Harnadel links. Abhand außen. Aber ich habe so das Gefühl bekommen, es ist schon mal besser durch als auch schon. Und Harnadel rechts, Harnadel rechts. Ich habe so ein bisschen ein Gefühl für das Auto. Links, sechs. In rechts, sechs. Dann links, fünf. Mein Partner, Hilden Greenlight, würde sagen, ich fühle den Swag, aber das tue ich irgendwie überhaupt nicht. Schon mal um eine Position verbessert, das ist schon mal gut. Ich wähle aber die erste Position eigentlich in der Gesamtwertung. Dann links, drei. Oh, das wird aber schwer, denke ich. Rechts, drei. In links, drei. Rechts, drei. Dann rechts, zwei. Sound, innen. Links, zwei. Dann rechts, zwei. Mit sich halten. Links, fünf. Scharfe Kurve, drei. Lang. Rechts, drei. Ich habe es gerade mal was ausprobiert, aber... Vorsicht. Abschweigung rechts, rechts, rechts. Wenn er sagt, links, links, zwei. Dann heißt das, ich kann... Die Kurve ist links. Logisch. Ich kann es im zweiten Gang fahren. Habe ich aber gerade ausprobiert. Oh, damn it. Oh, damn it. Ja, linker, vorderreifend im Arsch. Wie kann ich zurück... Ich habe das ja ausgeschaltet mit Zurückspulen, ne? Kacke. Fahre ich halt die Etappe nochmal neu. Ja, ich habe mir gerade den Dingser angeschlagen. Und ja, ich war knapp an meinem Vordermann am ersten Platz dran. Und wenn ich schon mal Aussichten auf den ersten Platz habe, dann will ich das nicht vergeben. Ich hasse den Frontantrieb. Wenigstens an der Kurve da nicht mehr hängen geblieben. Oh, Hinterbaum, ich weiß. Danke. So, komm. Aber das Heck von dem Auto ist verdammt giftig. Nein, nein. Ficken. Das dauert ja noch ewig, wenn ich das so weiterfahre. So, die Kurve ist schon mal besser bekommen. Nicht Richtung rechts fahren, danke. So, die ersten Passagen schon mal gut geschafft. Ich halte viel zu drühen, ne? So, langsam aber sicher, habe ich ein Gespür für den Wagen. Für das ganze Spiel. Langsam komme ich rein. Ich muss auch sagen, das ist das erste WRC-Spiel. Gut, ich habe mal WRC-1, glaube ich, mal gespielt auf der Playstation 2. Da aber noch mit... Nein, da hatte ich auch schon Lenkrad. Aber das Lenkrad war ein Witz. Vor allem da war ich noch so ein kleiner Schüler. Also Schüler. Ist ein offener Begriff, ne? In der vierten oder fünften Klasse. Nicht angriffen fühlen, wenn ihr in der vierten oder fünften Klasse seid. Ja, da fährt man wohl nicht so wie mit 16 oder 18. Ich bin jetzt 16. Ja, Frontschwein im Arsch. Die Harnadel kann man dafür, dass es eine Harnadel ist. Ah Mann, ich sollte die Dinger hier nicht alle mitnehmen, ne? Nein, ficken! Nein, nicht alles klar. Ich will zurückspulen. Wieso habe ich Depp das ausgeschaltet? Nein, Moment, kann ich das nicht noch irgendwie einschalten? Äh... Spieloption. Nein, ich kann das nicht einschalten. Mann. Heil. Ja, ich muss es wieder neu starten, Mann. Wie angriffig das Heck ist. Es tut mir echt leid, dass ich einen Scheiß irgendwie zum 10.000 zum Mal geben müsste. Ich bin einfach noch nicht so ein geübter Rallyefahrer. Vorsicht! Ja, in GTA nehme ich die Laternen mit und hier sind es halt die Dinger hier, die dran glauben müssen. Ich weiß nicht, wie heißen die überhaupt. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Wofür sie da sind, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Das Heck ist verdammt angriffig, Alter. Oh, Vorsprung, 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 weiter ausfahren. Los, 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 los. Nein, nein, da war der Vorsprung im Arsch. Scheiß auf meine Karosserie, die Mechanik bestimmt. Oh, hier nicht wieder das Auto querstellen. Nein, hier wollte das Heck schon wiederkommen. Ich lege 500 zurück. Ah, boah, Alter, wie das Heck angriffig ist. Stopp, halt an! So, come on! Los, 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 los. Ich hoffe, es gibt keinen Reifenverschleiß. Denn ich fahre ziemlich reif fressend. Wenn ihr hier was mithört, wie das die ganze Zeit hier quietscht, wenn ich anfahre aus der Kurve. Bam, das war irgendwie eine Scheibe, die kaputt gegangen ist. Wir haben einen guten Vorsprung. Ja. Nein, nicht ausbrechen. Jetzt will ich, ich will jetzt das Perfekt nach Hose fahren. Dann rechts, zwei, schauen innen. Links, zwei, dann rechts, zwei, mittig halten. Links, fünf, scharfe Kurve, drei, lang. So. Jetzt fahre ich auf Sicherheit, nicht mehr auf Angriff. Rechts, zwei, vor sich. Abweigung, rechts, abliegen. Handbremse. Dann links, vier, rechts, scharfe Kurve, nicht schneiden. Oh, wir bauen weiter aus. Geil. So, letztes Stück, letztes Stück. Fahrer nach rechts. Fast schon wieder. Come back, da, los, 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 los. Fast wieder verkackt, da. Haben wir das erste Mal verkackt. Links, drei, Vorsicht. Abweigung, rechts, abliegen. Handbremse. So, Zielgerade, Zielgerade, Zielgerade. Oder doch nicht. Scheiße. Dann links, zwei, in rechts, zwei. Verengung. Schkane links, rechts, links, rechts, links, vier. Geschafft. Ja, 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 ja. Bitte, bitte, gewonnen, bitte, gewonnen, bitte, gewonnen, bitte, gewonnen. Bitte, 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 bitte. Komm, mir ist scheißegal. Jawohl, Ski, fast drei Sekunden schneller. Müssten, Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Frosch verschlüpft oder so. Geil. Einfach nur geil. So, jetzt haben wir auch Vorsprünge in der Gesamtwertung oder in der Rallye-Wertung. Halleluja, wie viele Strecken das noch sind, alle. Eins, zwei, drei, vier. Halt's Maul. Ja. Los, 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 los. Lass mich los. Zieh. Oh, in der Dämmerung. Oder am Abend. Auch geil. Da haben wir die Leitplanken gestriffen. Ich bin, dass die Handbremse übrigens jeweils auch schon zum Anbremsen wird. Da ist schon die Handbremse. Die Haarnadel, ich dachte, die ist erst viel später. Hier merkt man auf dem Frontantrieb. Der kommt auf den Bergauf hier nicht so geil. Oh. Die Scheibe wird anscheinend bei jeder Etappe repariert. Nicht ausbrechen. Ich fahre wieder auf Sicherheit. Heide, weil ich habe jetzt einen guten Vorsprung. Vorsicht. Schikane links, rechts. Scharfe Kurve drei. Ohohoho. Scharfe Kurve drei. Scharfe Kurve. Ja, wo lang? Wo lang? Links oder rechts? Schikane links, rechts. Vorsicht. Nein. Zwei. Böses Heck. Dann links, sechs. In rechts, sechs. Haarnadel links. Kassenrenze. Ich sehe es. Oh. Das war zu weit. Komm, zieh, 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 zieh. Aber so langsam kommt es, ne? So langsam habe ich es draußen mit dem Fahren. Rechts, drei. In links, zwei. Dann rechts, vier. Oh. Nein. Das war eng. Link, drei. Das war knapp. Das war noch knapper. Ja. Hier schalte ich dann nicht mehr hoch. Oh. Los, los, los. Wir müssen den Vorsprung wieder ausbauen. Ich bin immer noch Erster, glaube ich. Nein. Nicht ausbrechen. Komm. Ich benutze hier gar nie die Bremse. Ich gehe auf den Gassen und drücke auf die Handbremse. Ja, also bei so engen Kurven halt. Aber hier zum Anbremsen benutze ich die normale Bremse so minimal. Alter, wie viele Harnadel noch. Und Schikane links, rechts. In Harnadel links. Handbremse. Harnadel links. Rechts, vier. In links, drei. Das habe ich jetzt fast verpennt. Vorweg. Abhang außen. Rechts, drei. So, wieder Vorsprung ausgebaut. Rechts, drei. Links, drei. Starfe Kurve. Links, drei. Ach, schikane links, rechts. Ich könnte noch einen Tanken aggressiver fahren, aber... Nein, 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 nein. Sonst kommt sowas dabei raus. Genau. So, so kurz vor dem Ziel werde ich es nicht mehr verkacken. Links, drei. Dann Harnadel rechts. Handbremse. Links, fünf. Und links, drei. Barriere außen. Und rechts, drei. Scharfe Kurve. Und rechts, fünf. Ja, für eine scharfe Kurve. Ging's noch, ne? Halleluja. Ja, ich weiß es. Aber wir bauen weiter den Vorsprung aus. Das ist schön. Das ist schön. So. Jetzt haben wir so'n... ...dingspunkt. Service Park. Jetzt mal gucken, was wir reparieren. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht, was der Typ zu labern hat. Nein. Reparieren. Reparieren. Hier. Ich will wieder nur die Katerasserie. Braucht aber auch von den meisten Zeit, ne? Äh, nein. Ich will das gerne so machen. Ja, will ich. Ich kann hier nirgends speichern, ne? Das ist Bullshit. Das müsste hier gehen. Oder geht das? Ich hoffe, er speichert's jetzt. Ansonsten fahr' ich dann das noch mal bis hierher vor. Der Aufnahme. YOLO. Bitte, bitte, speicher. Bitte, speicher. Ja. Ich mach' mal laden. Mal gucken. Bitte, 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 bitte. Ich kill dich. Bitte, 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 bitte. Nicht abstürzen. Bitte, bitte, bitte. Hab... Ja, ja gut. Hab gespeichert. Ja, Schnauze. Aber hat die Reparatur nicht gespeichert, ne? Immer noch reparieren. Ja, gut. Dann machen wir das das nächste Mal wieder. Ähm. Aber das ist geil. Ich bin auch einfach zu blöd, um das rauszufinden. Aber gut. Ähm. Ja. Das war's dann mit der ersten Aufnahme von WRC4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall hat's Spaß gemacht. Es ist ein tolles Game. Und... Ach so. Für den Anfang macht's einen tollen Eindruck, muss ich sagen. Auch wenn die Steuerung am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Jetzt hab ich so langsam den Dreh raus. Und... Ja. Ähm. Wenn's euch gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Aumen hoch. Wenn ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Oder irgendwelche Tipps, die ihr mir geben wollt. Immer hör damit. In die Kommentare schreiben. Ich lese gerne Kommentare. Äh. Sofern mir die YouTube anzeigt. Ähm. Deshalb schaut euch nicht einfach mal einen Kommentar zu hinterlassen. Mit Feedback oder... 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 Tipps oder... Watt auch immer ihr gerade lustig drauf seid. Konstruktive Kritik ist auch immer willkommen. Und... Ja. In dem Sinne würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Euer Mr. Swiss Talker. Tschö. Tschö.